Yo Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Prank auf meinem Kanal. Heute wird mein Bruder extrem hart geprankt, Leute. Er ist gerade im Sportstil und wenn er zurück nach Hause kommt, wird er sehen, wie ich unten an der Treppe liege und aus dem Kopf blute, Leute. Ich weiß, dieser Prank ist extrem hart und ich fühle mich selbst auch nicht so gut dabei, den jetzt zu machen, aber mein Bruder hat in letzter Zeit so krasse Pranks abgezogen und ich muss mich jetzt einfach mal revanchieren. Also Leute, bitte hatet nicht, es ist ein Prank-War zwischen Brüdern. Und wenn euch dieser Prank-War so gefällt, dann lasst mal jetzt schon mal einen Like, das freut mich immer so sehr, Leute. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim toten Bruder-Prank. Und wie gesagt, ich weiß, es ist krass, aber Leute, nicht haten, weil sonst heule ich. Hat Spaß. Okay, haut rein. What the fuck? Jamie! Jamie! Jamie, you okay? Jamie! 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 Fuck! 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 I'll go in the ambulance! Sup? Hahaha, look up there! Kukla-Women ist Gott hier! Hahaha, das ist super gut. Das ist ein Sch***, das ist ein Sch***. Das ist ein Sch***. Oh mein Gott. Wieso bist du nach oben gewandt? Alter, du hast mein T-Shirt gefickt. Ich hab die Notbahn gerufen, Alter. Cancel it. Cancel Notbahn, ich kann nichts machen. Ruf die jetzt sofort an, Alter. Die schicken mir jetzt zur Notbahn, Mann. War ein krasser Sch***, ne? Ja, war gut. Ja, das ist Hass, Alter. Wer nicht adoptiert, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, prankst so hart, Mann. Und, wer ist jetzt der Prankmaster? Ich werde so hart Rache nehmen. Revenge ist sweet, Mann. Ja, Revenge ist f***ing sweet. Du hast jetzt mein T-Shirt ruiniert und meine Schuhe. Du hast davon, wenn du so tustest, werde ich adoptiert. Du hast übertrieben und jetzt habe ich auch mal übertrieben. Hast du nicht verdient? Das war echt gut. Du musst es tun, aber pass jetzt auf, Jamie. Ich werde dich kriegen. Schlaf nicht mehr ein. Oh mein Gott, Leute. Das war ein krasser Prank auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe ihn gut geprankt. Es war krass, aber alles gut, Leute. Und haut rein. Ciao. Ciao.